Willkommen bei einer neuen Folge Lost Places der Uckermark. Diesmal befinden wir uns südlich von Templin in einem Waldgebiet, denn hier befindet sich eine russische Kolonie. Zudem wird dieses Video einmal klassisch gedreht und einmal in 360 Grad. Das 360 Grad Video werdet ihr hier oben finden in der Ecke oder am Ende dieses Videos. Ansonsten wünsche ich viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Irgendwo tief im Wald schlummern Überreste einer russischen Garnision. Ein damals sehr wichtiger Stützpunkt der russischen Streitkräfte. Mehrere tausend Hektar groß, errichtet für den militärischen Zweck. Doch bald wird durch Ritterung und Natur nicht mehr viel übrig bleiben und die Geschichte des Ortes verschlingen. Es ist eine Art Kleinstadt und Kaserne zugleich. Es gab selbst eine Schule und ein Theater. Einiges ist schon bereits von Menschenheimen zerstört worden, aber viele Gebäude stehen noch heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Haus. Es steht mitten im Wald, weit weg vom eigentlichen Standort. Was dieses Haus darstellen soll, weiß keiner. Am Eingang steht ein großes Haus mit einem angrenzenden Garagenkomplex. Hier fährt jedoch seit Jahrzehnten kein einziges Auto. Man sieht, wie zerfallen die Gebäude sind. Ein weiterer Blickfang ist dieser Korb mit alten Flaschen. Irgendwie ist das alles etwas gespenstisch und gleichzeitig wunderschön. Überall, wo Menschen ein ganz normales Leben führten, ist heute nichts als Zerfall und Leere. In diesem Lagerhaus standen einmal Regale. Leider wurden diese zerstört. Am Boden lassen sich alte Zeitungen finden, die aus jener Zeit stammten. AusgabeCS Am Against Nicht weit befindet sich ein Konsum. Hier kauften einmal Soldaten Lebensmittel für ihre Familien. Dieser ist leider Opfer von Vandalismus geworden. Einige Fenster sind komplett zerstört worden. Es fehlt fast die komplette Einrichtung. Dennoch lassen sich ein paar wahre Schätze finden, wie diese alte Waage. Nebenan befindet sich eine Art Tafel. Dort finden sich russische Inschriften und Malereien. Doch dennoch fehlt etwas. Lien. Lien musste abgebaut werden, damit er nicht beschädigt werden kann. Die Schriften und Malereien sind nach Jahrzehnten kaum noch zu deuten. Dies ist das Theater. Hier vergnügten sich die Besucher und drängten sich von ihrem Alltag an. Diese große Treppe steht im Eingangsbereich. Sie wirkt selbst nach so langer Zeit sehr massiv und majestätisch. Hier wurden schon lange keine Theaterstücke mehr vorgetragen. Was jedoch gleich auffällt, der Saal ist auch leer. Es fehlen die Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel die Sitze. In der großen Bühne befindet sich ein Loch. Es entstand anscheinend durch ein Feuer. Auch hier sieht man die Spuren der Verwüstung. In der großen Bühne befindet sich ein Loch. Die Geschichte des Stützpunktes beginnt im März 1949. Hier beginnen etwa 800 Arbeiter westlich der Ortschaft Dangersdorf etwa 1400 Hektar Holzfläche abzuholzen. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Erschaffung eines neuen Schießplatzes für die sowjetischen Besetzer. Mit diesem neu geschaffenen Platz beginnt die militärische Nutzung in dieser Gegend. Am 1. Juni sollte der Platz schon einsatzbereit sein. Am Anfang November wurde der Platz um 1800 Hektar erweitert. Später nutzte die DDR den Platz besonders für Panzerübungen. Um 1994 betrug die Fläche des gesamten Standortes ca. 6800 Hektar. Seit einigen Jahren befindet sich dieser Ort zu Recht unter Denkmalschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es zeigt ohne Zweifel, dass dies ein Denkmal ist, wie diese Schule. Hier wurden die Kinder der hier lebenden Familien unterrichtet. Die großen Langgänge wirken irgendwie gespenstisch, wie aus einem Horrorfilm. Wo einst fleißige Kinder waren und lernten, sind heute nur noch ein paar alte Lampen auf dem Boden zu finden. Selbst die Tafel fehlt komplett. Heute ist nicht mehr viel übrig gelassen worden. Die märchenhaften Malereien sind nahezu unbeschädigt. Im Eingangsbereich steht ein alter Bürostuhl. Er passt irgendwie nicht ins Bild. Dennoch ist er ein perfektes Fotomotiv. Dies ist die Tonhalle der Schule. Diese bietet besonders Spöhern eine gute Leinwand. Manches kann man als wahre Kunst bezeichnen und manche als Krakelein. Der Boden der Tonhalle ist instabil und man droht einzubrechen, wenn man es wagt, einen Schritt zu setzen. Durch das Gebiet führen kilometerlange Straßen. Es sieht so aus, als wenn sie in das unendliche Nichts führen. Einst gab es sogar eine Anbindung an die Bahnlinie. Diese wurde jedoch 2012 zurückgebaut. Wie bereits erwähnt, war auch dieser Ort wichtig für die DDR. Hier lernten Soldaten den richtigen Umgang mit Panzern. Etwas Besonderes ist dieser Übungspanzer hier. Trotz einiger Rostflecken hat er die Zeit ganz gut überstanden. Aber nicht alles hält der Zeit stand. In manchen Bracken ist es schon gefährlich hineinzugehen. Bei manchen ist schon das Dach vollkommen eingestürzt. Es gab auch eine Kantine, wo sich die hungrigen Soldaten stärkten. Auch hier ist die gewohnte Lehre. Es ist schwer vorstellbar, wie dieser Ort ausgesehen haben muss, wo alles noch bewohnt war. Und das ist die Wunden zu machen. Und das ist das Wunden. Und das ist die Wunden. Vor einiger Zeit hat der Rückbau des Ortes begonnen. Nicht weit befanden sich mitten in diesem Wald große Gebäude, aber nun sieht man nur große leere Flächen. Es gab viele gute Ideen für die heutige Nutzung, aber diese sind nicht erschwinglich durch die unberechenbaren Investitionskosten, besonders weil auch Munition und noch andere Gefahren lauend. Doch was hier in der Zukunft passiert, ist ungewiss, aber dennoch wissen wir eins, auch dies ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen dürfen. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben. Das ist ein geheimnisvoller Ort, den wir nicht vergessen haben.